Na gut, Freunde, ich bin's, Hendra, Alhendra, und jetzt so eine Art Notruf zu machen, und zwar Hintergrund ist der, der Hintergrund ist sehr einfach, Facebook hat, nachdem ich bestimmte Sachen gepostet habe, zum ersten Mal, ihr müsst euch vorstellen, ich bin bei Facebook seit dem Jahr 2006, also seit 14 Jahren, und Facebook hat mich noch nie gefragt, ich habe zuerst interessiert, natürlich, ich durfte nicht live streamen, darum streame ich hier jetzt auch auf Facebook, hallo, über meinen anderen Account, ich glaube, 80 Tage durfte ich nicht live gehen, 180 Tage, und auf jeden Fall, ich bin seit 2006 bei Facebook und zum ersten Mal jetzt, nachdem ich bestimmte Sachen gepostet habe, und dazu komme ich gleich, hat Facebook meinen Account gesperrt und möchte, dass ich meinen Ausweis hochlade. Ich habe meinen echten Ausweis mit Facebook hochgeladen, ich bin seit 2006 bei Facebook, und ich hoffe, dass ich dann demnächst freigeschaltet bin, und zwar, ich komme erst einmal zu meinem YouTube-Kanal, der gesperrt wurde, ich glaube, am 26. Februar oder März, und zwar wurde der YouTube-Kanal von mir völlig entfernt, indem ich im Prinzip die Psyram-Leaks hochgeladen habe, von Manuel Cornelius von The False Flag, im Grunde genommen Parallelen gezogen habe zwischen Psyram, dem goldenen Aluhut, Sebastian Bartoschek, Sonnenstaatlandforum und Zentrum Politische Schönheit, und jetzt wieder. Martin Lejeune ist ja beim Volkslehrer ein bisschen in Ordnung, weil er nicht schnell so eine Art Gegendarstellung gepostet hat auf seinem YouTube-Video, aber Martin ist ein sehr akribischer Journalist, und er hat daran gearbeitet, diese Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, KDW, in den Strukturen aufzudechten und Sachen zu leaken. Und Martin Lejeune hat am 20., also kürzlich erst, seine Arbeit präsentiert und diesen Theaterverein und seine Strukturen vorgestellt, und die Leaks hat er sozusagen gepostet auf Facebook von seinem Blog. Und da habe ich dann die Zusammenhänge auch wieder hergestellt zum Zentrum für politische Schönheit. Ihr erinnert euch, Zentrum für politische Schönheit hat ja damals CanFM auch verarscht und uns alle. Und ich habe Philipp Bruch auf seiner Impressumsadresse in Berlin besucht, und wir wollten ihm per Boten etwas zustellen. Aber die Impressumsadresse ist faktisch nicht zustellbar. Also es steht kein Briefkasten und auch keine Haustür, wo sein Name draufsteht. Somit ist es eine Impressumsadresse, die nicht zustellbar war. Und wir haben das alles damals hervorragend dokumentiert, andere Leaks hochgeladen, sämtliche Namen, Anschriften der Leute in dem Haus wurden überprüft, so gut es ging. Und es war augenscheinlich, dass das ganze Haus wahrscheinlich fake ist und lauter so Fantasiekommunistennamen. Und ich vermute, dass das Haus im Besitz irgendeiner Regierungsorganisation oder eines Problems und für viele verschiedene Dinge genutzt wird. Und es wird ja auch geworben, dass es da in der Nähe so ein Internetcafé gibt, wo man mit falscher IP-Adresse irgendwas gründen könne. Und das Zentrum für politische Schönheit ist ein Theaterverein. Und diese Martin Lejeune hat jetzt auch ein Video hochgeladen, wo er eine Schauspielerin ist. Und offenbar ist das schon seit 2013 so eine Art Theaterverein. Und Anselm Lenz ist ja aus der Presse, um eine sehr heiße Spur zu sein, dass also die politischen Stiftungen oder die Propaganda, und ich komme gleich zu ausländischen Propagandastellen, hier Propaganda in Deutschland betreibt unter dem Deckmantel der Kunst in Form von Theatervereinen. Somit nutzen sie natürlich die Anonymität, die sie haben für ihre Künstlernamen. Und man kann nicht viel machen, weil alles, was sie sagen, ist ja Satire und Kunst und Theater. Und diese KDW-Stelle, schaut euch das mal an, die Artikel von Martin Lejeune dazu, oder schaut euch an, was das Zentrum politische Schönheit gemacht hat. Ein Theaterverein, der die Exhumierung und sogar die echte Beerdigung eines Menschen verwendet, um Theaterklimbim zu betreiben. Also das ist schon mehr als grenzwertig. Und diese Dinge habe ich hier präsentiert. Auch dass Ken Jebsen im Großen und Ganzen wahrscheinlich einfach nur Schauspieler ist, auch wenn er sich hinstellt und sagt, er ist der große Redakteur bei KenFM, ich nehme ihn für seine Position-Sendung. Da wird immer eine Lena Lampe, die ist da öfter da als Redakteurin für Positionen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Ken Jebsen der große Redakteur ist von KenFM. Ich kann mir das nicht vorstellen intellektuell. Aber mir ist aufgefallen, damals gab es Reibungsstellen mit der Lena Lampe und da war mir ehrlich gesagt nicht klar, ob sie jetzt für oder gegen das Zentrum für politische Schönheit ist. Florian Kirner, der ja auch bei KenFM war, der war auch damals, bis es eben rauskam, dass Philipp Ruch sich für eine NATO-Bombardierung in Libyen entschieden hat. Der spricht von denen als gute Leute und die machen immer tolle Sachen und so weiter. Schaut euch den anderen Artikel von Martin Lejeune an, dass dieses KDW mit der Antifa wohl zusammenarbeitet und Informationen liegt. Und es liegt nahe, dass es wohl tatsächlich so ist. Und das sind sehr heikle Strukturen. Im Übrigen weiß ich nicht, welche Rechtsform KenFM hat. Ich weiß es einfach nicht. Und natürlich hat Ken einen Künstlernamen, weil er ein Künstler ist. Er war Schauspieler größter Zeit seines Lebens. Und welcher Vaterverein wie Zentrum politische Schönheit oder wie KDW oder so, das sind Fragen über Fragen. Und die stellen sich mir. Und wenn ich jetzt sehe, wie Uli Gellermann meinen Freund Nikolai Nährling, den ich als also wirklich intelligenten, friedlichen, aufgeschlossenen Mann erlebt habe, im Prinzip nachhaltig im Internet in eine Ecke drängen möchte, politisch in der er nicht ist. Und im Prinzip eine Verächtlichmachung im Internet, die er politisch macht, finde ich das unerträglich, dass so ein Mann, der zu Recht angezeigt wurde, er gehört noch mehr angezeigt, nämlich wegen nachhaltiger Verächtlichmachung im Internet von Nikolai Nährling, der macht da diese Nachrichtensendung, die macht um acht. So ehemalige Antifa-Strukturen sind auch in KNFM, KDW, Verein und Klima, wie Kacke. Und das habe ich alles gepostet, ja, einigermaßen kurz und knackig. Und seitdem, seit 2006 zum ersten Mal hat Facebook mich komplett weggekickt, ja. In diesem Fall war es wahrscheinlich nicht Annette Kahane, die kickt ja auch ganz gerne. Na, also wie schon gesagt, meine Kritik an Uli Gellermann bleibt bestehen. Meine Zweifel an, was ist denn bitte KNFM für eine Rechtsform und ist das jetzt ein Theaterverein oder Presse, Publizitätsorgan, keine Ahnung. Wir sind hier keine scheiß Bananenrepublik. Was ist das, eine BGB-Gesellschaft mit Gesellschaftsvertrag? Keine Ahnung. Was ist KNFM? Genauso wie KDW oder Zentrum politische Schönheit, ne. Und ich denke, ich denke, diese Strukturen, die Aufdeckung dieser gelenkten Opposition, wie wir verarscht werden, wie so Themen wie Corona und so weiter. Attila Hildmann, um mal ein positives Beispiel zu nennen, Attila Hildmann scheint 100% sauber zu sein. Ich habe mir seine Reden angeschaut. Er ist im Rahmen des Gesetzes. Er hat eine enorme geistige Disziplin und Schönheit. Und man merkt auch, dass er ein Idealist ist. Und er ist inhaltlich sauber. Er verarscht. Ich bin richtig glücklich, dass es ihn gibt. Offenbar scheint irgendjemand doch von 51 Titel, Thesen, Argumente, Sendung mal Inhalte auch zu verarbeiten. Auch das, was wir in der Bibel und so weiter gemacht haben. Und das waren alles relevante Themen. Und ich hoffe, dass noch mehr Leute wie Attila Hildmann sich zeigen. Weil wenn der das jetzt noch ein paar Wochen weitermacht, wird sich die Republik verändern. Und zwar für immer. Zum Besseren. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und ja, natürlich, Anselm Lenz hat sich natürlich in den falschen Kontext gebracht hat. Aber der Kerl ist, das ist ein Troll. Das ist ein Troll von irgendeinem Theaterverein. Und so funktioniert das. So werden wir verarscht, im Grunde genommen. Und wenn... Zusammenhänge zwischen dem Mainstream-Fernsehen. Sebastian Bartoschek, der Goldene Aluhut, Springer, Springer Stiftung, Friede Springer, die Stiftung JFDA, Jüdisches Forum für Demokratie gegen Antisemitismus, die mit Berlin trägt, was eine Farce-Veranstaltung war. Die machen mich blöd an. Ich bin Semit, die nicht. Aber das sind die Strukturen. Es sind also nicht nur die politischen Stiftungen. Es sind auch die Stiftungen von Springer, die auch diese ganzen Themen. Und die ganze Frage, von wem wird die denn gelenkt? Im Prinzip. Schaut euch alle gelacht. Schaut mal, wer den größten und fettesten Stand 2020 bei der Republika jetzt hat. Die verdammte Bundeswehr. Die Bundeswehr hat offenbar jetzt die mutiert zu einer riesigen PR-Propaganda-Abteilung hier. Und natürlich hat das Militär, die NATO, die haben Propaganda-Abteilungen. Es wäre so, dass sie Klassenfahrten finanziert für irgendwelche Schulklassen, die dann das NATO-Hauptquartier besuchen und so. Und aus diesen Strukturen, das heißt die gesamte gesteuerte Linke, vielleicht ist die Stopp-Dramstein-Kampagne auch nur ein scheiß Theaterverein der scheiß Bundeswehr. Versteht ihr? Weil es ist ja völlig harmlos, dieser Widerstand. Der führt doch politisch zu überhaupt nichts. Hinterfasschen. Und was ich auch merkwürdig finde, ist, dass einer der besten Leute mit Vicky Hausen jetzt, der Markus Fiedler, der sogar auf dem Pax Terra Musica über diese israelische Militär-Propaganda-Abteilung UNIT-200 geredet hat. Das ist eine Militär-Propaganda-Abteilung, die hat ein Jahresbudget von 100 Millionen US-Dollar. Und es würde mich nicht wundern, wenn die hinter Zentrum Politische Schönheit, Sonnenstaatlandforum, der Goldene Aluhut und KDW und Hermann Hesse, Heinrich Böll-Stiftung und, was weiß ich, Julianen-Nagel-Finanzierung oder Hasgala.de, die Linkspartei, Juso-Gruppen, was weiß ich. Erzeugt, dass die hier massiv mitmischen. Und seitdem Angela Merkel gesagt hat, Israel ist deutsche Staatsräson, hat sie im Prinzip deren Tätigkeit endorsed. Wir könnten politisch nicht mal was dagegen tun. Wir sagen Ja und Amen. Genauso wie damals, als Karl-Heinz Hoffmann gegen den plötzlich ermittelt wurde, weil ja seine Wehrsportgruppe in mehreren Bundesländern tätig sei, hat er den Innenminister überhaupt nichts gegen den. Das waren ausländische Geheimdienste, die die deutschen Innenminister aufgefordert haben, sofort tätig zu werden. Und daraufhin wurde er ermittelt. Und das hat dann natürlich geklappt, dass sie in mehreren Ländern terroristische Vereinigung und dann war er im Gefängnis. Ja, das ist so. Angela Merkel hat mit ihrem Satz, Israel ist deutsche Staatsräson, alle Aktivitäten der Militärpropaganda-Einheit Unit 8200 in Deutschland endorsed. Und der gesamte Verwaltungsapparat muss Ja und Amen sagen. Ja. Gut, was habe ich hier noch? Also Lena Lampe hat sich definitiv nicht distanziert von zentrumpolitischer Schönheit. Und ich hatte wirklich damals noch im Chat den Eindruck, dass die die auch noch verteidigt hat. Zentrumpolitische Schönheit. Ja. Hat diesem Anselm Lenz die bis zum russischen Fernsehen, wie diese Schauspielerin, schaut euch das bei Martin Lejeune an, treffend, sagte, das war Ken Jebsen. Das war ja eine redaktionelle, absolute Glanzleistung. Ja, totales Megafettnäpfchen. Herzlichen Glückwunsch dazu, Kenny, wenn du das zu verantworten hast. Mein Gott. Naja, was soll ich noch sagen? Also wie schon gesagt, mein Hauptkanal wurde gegeben, die Parallelen zu Psyram, Goldener Aluhut, Sonnenstadt, Landforum, Sebastian Bartoschek, ARD, ZDF. Nachdem das geleakt wurde und wir haben ja jetzt auch die Namen und das ist ja alles nicht so kompliziert, ja. Markus Fiedler hat noch mehr Namen jetzt hier recherchiert. Zack, war mein ganzer Kanal weg. Von den Theatervereinen, diese Corona-Verarsche, diese Corona-Verarsche von diesen KDW-Leuten und die Leaks und die Parallelen gepostet habt, war mein Facebook-Account weg. Nach 14 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin ja gespannt, wann sie den wieder reaktivieren. Ich habe die richtigen Ausweise hochgeladen. Ja gut, ich will jetzt auch mal langsam aufhören. Aber es sollte uns allen ein bisschen zu denken geben, ja, dass hier solche Dinge passieren. Man kann ja für die Bundesrepublik und die laizistische Demokratie und die Trennung von Religion und Staat sein. Ich kann das nachvollziehen, ja. Nur selbst die, die dafür sind, müssen doch erkennen, dass eine rein laizistische Ordnung, die nur auf Gesetzen von Menschen beruht oder wo nur ein UNO-Sicherheitsrat was ist oder nur parlamentarisch, wo wir Menschen über parlamentarier Gesetze beschließen. Solche Systeme haben Fehler. Die Fehler dieser Systeme sind ganz einfach. Es ist völlig unbenommen, dass völlig unsinnige Gesetze auch nicht sein können. Ja, der Vorbehalt des Gesetzes schützt uns nicht davor, dass Gesetze vollkommen unsinnig sein können. Also erstens, wir haben das Problem unsinniger Gesetze. Dann haben wir das Problem politischer Politiker. Das, das inhaltliche Hauptproblem ist natürlich die völlige Beliebigkeit von Gesetzen. In einer Welt, in der wir Menschen, äh, überhaupt nicht mehr auf heiligen Prinzipien oder die zehn Gebote, in so einer Welt sind die Gesetze nun mal völlig beliebig. Völlig beliebig. Und, äh, wir sind jetzt in einer Zeit, der findet im Grunde genommen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, es gesetzlich zu sanktionieren, äh, Landesverrat statt. Hochverrat. Äh, es findet eine nie dagewesene offene Korruption statt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Bundeswehr hat zum Beispiel für 300 Millionen Beraterverträge, glaube ich, an McKinsey vergeben. Und, äh, ich möchte einen Untersuchungsausschuss, ich möchte wissen, ob der Sohn von dieser Ursula von der Leyen von McKinsey USA die üblichen fünf bis zehn Prozent, äh, Beraterhonorar-Provision für ... ... Euro bekommen hat. Ist da was geflossen? Wenn ja, es ist unerträglich. Äh, natürlich flüchtet sie sich, äh, nehmen wir mal an, äh, es wär so. Ja, dann, dann stellt man sich wahrscheinlich hin und sagt, ja, sie ist jetzt Kommissionspräsidentin, da gibt's die Immunität, wir können nichts machen. In einem so krass ... ... Korruption, wenn unsere Zivilisation, unsere Rechtsordnung so etwas unsanktioniert durchgehen lässt, wenn Leute, äh, im Prinzip sich in Immunität zu entziehen, äh, wie, wie, wie europäische Kommissionspräsidentin oder sonst was, wenn unser Parlament nicht in der Lage ist, diesen Leuten die Immunität zu entziehen, ihnen zu entziehen. Alle Leute, die jetzt, äh, vielleicht im konservativen Lager sind und sagen, ja, wir wollen keine Schuldenunion, äh, ich kann sie beruhigen. Ursula von der Leyen hat an allen Parlamenten vorbei, äh, ein EU ... ... halt, glaube ich, im Volumen von 750 Milliarden Euro. Einfach so beschlossen. Als Kreditaufnahme. Ja? Einfach so. Sie hat praktisch das, das Doppelte, wahrscheinlich von den ganzen Steuerannahmen der Bundesrepublik. Einfach so, äh, ohne Parlamentsvorbehalt, ohne gar nichts. Das, das findet jetzt einfach als Neuverschuldung bei Privatbanken statt. Und jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber welcher Person war ihr ... ... als Politikerin einfach so zu beschließen? 750 Millionen, äh, Schuldenaufnahme für irgendwelche Corona-Pakete, weiß der Geier. Naja. Also, äh, wir leben nicht in der besten Demokratie und, äh, unser ... unser System hat also massive Mängel. Ja? Korruption, Inkompetenz, Verrat, äh, viele andere Dinge, für die wahrscheinlich vor 50 oder 100 Jahren noch Köpfe gerollt werden, gehen heute einfach Hand in Hand, bleiben unsanktioniert. Oder habt ihr irgendwie erlebt, dass mal Politiker wegen Korruption oder sonst was in den Knast gekommen werden? Nix! Ja? Das ist die Qualität unserer Rechtsordnung, unserer Realität. Naja. Also, es ist ja prophezeitlich, dass eine Gesellschaft irgendwann mal vom, vom Abschaum regiert wird. Genauso ist es prophezeit. Es wird eine Zeit kommen, in der wird der Abschaum regieren und, ähm, um jetzt weniger religiös und pathetisch, jede große Gesellschaft, jedes Großreich, in dem Korruption amoral und fehlende Sanktionierung, äh, Realität wurden. Jede dieser Gesellschaften ist untergegangen und, äh, der wirtschaftliche Kollaps steht mehr oder weniger sowieso bevor. Äh, es ist, es ist nur eine Frage der Zeit. Bis diese Gesellschaft, in der wir jetzt sind, untergeht, da muss man kein Prophet sein. Das, äh, das zeigt sich an der Inkompetenz unserer Politiker und ihrer hilflosen Entscheidung, die, die ihr ganzes, äh, die Kompetenz an andere abgegeben haben. Und zu Attila Hildmann und, äh, diesem, äh, Hoffenheim, Heini, Dietmar Hoppe, oder wie der heißt, von SAP. Ja, soweit ich weiß, ist eine der Hauptvoraussetzungen von SAP, äh, immer noch Windows von Microsoft, ja. Ja, und, ähm, ein Friedensaktivist, der auch, äh, Apps Produzent, äh, Windows Mobile, ähm, äh, Hasen hat eine ganz tolle App auch gemacht über Nahverkehr und alles. Also so eine Handy-App, äh, ist nicht so kompliziert zu machen. Ich weiß nicht, ob da so viele Millionen dafür nötig waren, ja, über 60. Das ist, äh, mit Sicherheit unverhältnismäßig. Äh, für ein Projekt, was in so kurzer Zeit abgeschlossen ist, technisch so leicht zu machen, wie Attila Hildmann zu Recht sagte, eine 16-Megabyte-App, äh, das ist überdimensioniert, überdimensioniert. Da braucht man natürlich auch einen Untersuchungsausschuss. Sind wir jetzt schon römisch dekadent, dass wir sagen, ach, ja, 68 Millionen für eine scheiß Handy-App. Zeig mir mal eine verdammte Handy-App, die so viel kostet. Die gibt's gar nicht. Also das ist ja völlig, versteht ihr das meine ich. Naja, jetzt will ich mal wieder aufhören. Tut mir einen Gefallen und geht auf HendraAlHendra02 und abonniert alle meinen Kanal, weil, äh, ihr seht ja selber, die technischen Lösungen, um das zu umgehen, führen zu qualitativ schlechten Aufnahmen. Und ich brauche, äh, wieder eine Mindestanzahl an Abonnenten, damit ich mit dem Handy live online gehen kann. Es sind auch viele gestorben. Viele wurden einfach beseitigt. Sehr viele aus der Trufer-Szene in den 90er Jahren bis 2010, gerade im Raum Berlin, sind einfach verstorben, ja. Das ist ein Thema, über das haben wir überhaupt noch nie geredet, ja. Und drückt Manuel Cornelius von The False Flag die Daumen und diese Psyram-League-Geschichte ist sehr wichtig. Und ich würde gerne bei Gelegenheit, ähm, in einer sehr wichtigen Sendung, also die inhaltlich das alles schön abrundet, meine Theorie, äh, in Verbindung bringen mit dem Psyram-League und der Ideologie und der Freimaurer. Und dann können wir auch, äh, mit Ivan Wojnikov reden über den Ordo Templis Orientis und, äh, wie Jack Parsons, der, äh, in seinem Buch geschrieben hat, dass in seinem Traum ein Mann namens Dajal, das ist der Antichrist, ihm gesagt hat, wie der Raketentreibstoff, äh, zu, äh, mixen sei. Er gilt ja als Erfinder des Raketentreibstoffs in NASA-Kreisen. Und wie er dann gesagt hat, dass er für die Vollendung der Weltherrschaft im Prinzip die Satelliten und die Raketentechnologie braucht. Und schaut euch mal an, wie unglaublich viele Satelliten zurzeit hochgeschossen werden. Ich glaube nur SpaceX hat über 3400, die machen jetzt da einen wahnsinnig super Internet mit ganz geringem Ping und das ist schön und gut, ja. Aber ich denke, die neue Weltordnung, die Weltordnung, die wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich gebildet hat durch die UNO, die Vereinten Nationen, äh, die Weltgesundheitsorganisation, das Finanzsystem, IWF Weltbank und noch ist die Weltherrschaft, aber wir stehen kurz davor und, äh, die Zivilisation steht im Prinzip kurz vor dem Untergang durch das strukturelle organisatorische Versagen, ja. Ich habe mir hier ein paar Sachen notiert, aber vergesst es. Also wer ist gut? Attila Hildmann ist gut, Markus Fiedler ist gut, Martin Lejeune ist auch ein guter Journalist, der ist ein bisschen schwierig, äh, im Team, aber seine Arbeit ist tadellos, lest seinen Blog und, äh, ich würde mir wünschen, dass wir nochmal 10 Leute mehr hätten wie Attila Hildmann, ja. Wenn der das jede Woche durchzieht die Nummer und keine Fehler macht, sich, äh, nicht hinreißen lässt zu dummen Aussagen, das wäre ein großer Sieg und ich wäre sehr glücklich, ja. Also jetzt macht's gut, Freunde, ich höre jetzt auf. Es war nur, weil ich eben stinksauer war, dass Facebook zum ersten Mal, jetzt nachdem ich die Sachen gepostet habe, äh, meinen Ausweis will und einfach alles weg. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Ciao. Ciao.